Berechnung der Nachhaltzeit Wir legen zuerst einen neuen Raum an, indem wir auf die rechte Maustaste drücken, Neu, zum Beispiel Büro01, OK, der Raum hat eine Raumhöhe von 2,80 Meter, ein Volumen von 1820 Kubikmeter. Wir beginnen mit der Decke, 650 Quadratmeter Grundfläche. Akustikdecke übernehmen. Nun gehen wir zum Fußboden. Tipp ich auf Beton. Boden übernehmen. Nun die Wände. Grob Rau. Hier haben wir einen kleinen Geometrierechner. Anzahl 4 Wände mit 25 Meter Länge, eine Höhe von 2,80 Meter. Übernehmen. Nun befinden sich noch Personen im Raum. Zum Beispiel 60 Personen. die berechnung starten nun haben wir die nachhaltzeit von 1,1 sekunden vielen dank im 8 12 13 21 29 24 24